Schön, dass du Bock auf Vertrieb hast. Ich bin Oliver Schumacher und heute geht es um das Thema Inkasso. Weil Preise sind ja erst dann durchgesetzt, wenn der Kunde die Rechnung auch bezahlt hat. Und es nützt ja nichts, wenn du in der Preisverhandlung gut bist, aber die Kunden die Rechnung nicht bezahlen. Und ich gebe zu, auch ich bin schon als selbstständiger Verkaufstrainer zwei-, dreimal hingefallen. Aber, wie heißt es so schön, dumm ist ja nicht der, der Fehler macht, sondern der, der Fehler wiederholt. Darum ein paar Tipps von mir. Die erste Sache ist, sorge dafür, dass deine Rechnung konkret fällig ist. Es gibt ja manche Leute, die schreiben auf ihre Rechnung drauf, zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Aber rein juristisch ist das jetzt nicht eindeutig feststellbar. Darum schreibe ich immer ein Datum drauf. Beispielsweise, bitte zahlen Sie die Rechnung bis zum 10.12.2021. So ist das kalendarisch eindeutig bestimmbar. Und man muss den Kunden nicht extra in Verzug setzen, weil er eindeutig nach diesem Datum in Verzug ist. Die zweite Sache ist, wenn eine Rechnung fällig ist, dann verstecke dich nicht hinter irgendwelchen Mahnbriefen. In der Berufsschule habe ich damals gelernt, erste Mahnung schicken, zweite Mahnung schicken, dritte Mahnung schicken. Und dann kommt irgendwann die letzte außergerichtliche Mahnung. Aber es ist ja tatsächlich so, es gibt ja auch leider manchmal Profischuldner. Und die lassen sich ungerne verschrecken von erste, zweite, dritte Mahnung, weil sie wissen genau, nach der ersten kommt die zweite. Also warum großartig durchnummerieren? Ich empfehle dir, rufe an. Rufe einfach an und frag. Also so sinngemäß, hallo, hier ist XY, wir haben ja bei Ihnen XY getan und ja, jetzt ist dazu die Rechnung noch nicht beglichen. Und da dachte ich, suche ich doch mal mit Ihnen das Gespräch. Wichtig ist, dass du da jetzt nicht auf irgendwelche Floskeln reinfällst, wie, ach, ich habe Ihnen das ja überwiesen, da ist ein Zahlendreher drin. Oder ja, ich gucke da mal. Also frag ruhig ganz konkret, wann haben Sie es denn dann gezahlt? Wenn du dann aber doch merkst, nach zwei, drei, vier Wochen, dass du ja verhonepiepelt worden bist, empfehle ich dir, einen Brief zu schicken, wo du nochmal ganz klar sagst, dass du um dein Geld bittest. Und sollte dann immer noch kein Geld kommen, dann setzt du einen Kasselbüro in Gange. Weil jemand, der dich so wenig respektiert, dass er dich belügt am Telefon, dass er nicht reagiert, wenn du ihm eine schriftliche Mahnung geschickt hast, der ist es auch nicht würdig, dass du dich weiter zurückhältst. Leider gibt es aber viele Anbieter, die sagen, ach, ich kann da doch jetzt nicht hinterher, nachher kriege ich eine schlechte Bewertung und, und, und. Oder der spricht schlecht über mich. Ich glaube, jemand, der deine Rechnung nicht zahlt, ist auch einer, der kennt auch nur andere Leute, die ungern eine Rechnung zahlen. Da kann er ja ruhig vor dir warnen. Aber Menschen, die wirklich deine Leistung wollen, die werden gar nicht erfahren, dass du da bei Mahnung sehr konsequent bist, weil die zahlen auch gerne deine Rechnung.